Hä, wo bin ich denn jetzt? Das sieht mir sehr nach einer ganz düsteren Bibliothek aus. Was es mit dieser Bibliothek auf sich hat, erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, und ihr seht hier schon, wir sind hier in einer wirklich sehr, sehr düsteren Bibliothek, die sehr angsteinflößend und zerfletschend aussieht, wie man die halt kennt. Und haufenweise Bücher und ein Enchantment-Table, der natürlich in jeder Bibliothek steht. Ja, und was geht es jetzt hier eigentlich? Es geht um den Enchantment-Plus-Mod, den mir ein Nutzer vorgestellt hat. Und deswegen stelle ich den jetzt auch mal vor. Wichtig ist, wenn ihr diesen Mod runtergeladen habt, bekommt ihr eine Jar und ihr braucht natürlich Forge. Forge für beides ist der Link in der Beschreibung. Diese Jar müsst ihr in den Mods-Ordner packen, nicht in die Minecraft-Jar. Gut, dann fangen wir gleich mal an. Und wie der Name schon sagt, geht es hier um einen Mod, der mit dem Enchantment arbeitet. Und das muss ich ganz kurz mal Too Many Items aufschalten, damit man das hier auch alles schön erkennen kann. Und ganz simpel und einfach kann man wie bei dem alten Mods Better Enchanting hier auch richtig gut arbeiten. Zum Beispiel auch im Multiplayer. Dafür muss der Mod natürlich auf dem Server installiert sein. Gut, wir fangen einfach mit dem Diamantschwert an. Gucken hier gleich mal. Ich habe hier schon ein paar andere Sachen vorbereitet. Wir sagen auch mal, wir wollen ein Schwert mit Schärfe haben. Dann geht zum Beispiel Bann und nehmen jetzt der Gliederfüße weg, weil das nicht kombinierbar ist scheinbar. Packen wir nochmal Rückstoß und Verbrennung drauf. Und Plünderung. So, das würde uns jetzt 91 Level kosten. Wir müssen hier auf das Plus drücken, hier unten nicht. Das würde uns 91 Level kosten und wir würden dann so ein super gutes Schwert bekommen. Ja, wenn man jetzt natürlich sagt, ich will gar keine Schärfe haben, weil Schärfe kotzt mich an. Guckt man hier unten, macht man das einfach wieder weg. Zieht einfach wieder nach drüben runter. Dann ist das nämlich wieder weg. Und drückt auf dieses Minuszeichen. Dann gibt man 28 Level wieder. Und hat dann hier halt ohne Schärfe das Schwert. Das gleiche kann man natürlich mit jeden anderen Sachen auch machen, wie zum Beispiel in der Rüstung. Da ist natürlich zu beachten, es gibt hier nur Schutz und ist schusssicher. Schusssicher, oh Moment, jetzt habe ich das Ding gerade weggeworfen. Wenn man jetzt hier zum Beispiel schutzsicher nimmt, gehen natürlich die anderen Schutzsachen alle weg. Weil, ja, man kann hier auch nicht mehr mehr auswählen. Dann gibt es zum Beispiel, man kann hier also nur eins auswählen bei der Rüstung. Das Harnisch. Ich würde dann am besten Explosions- na gut, eigentlich eher Feuer auf Schutz nehmen, weil das ist am besten. Und ja, hier nochmal auf Stufe 4. Zack. Und dann haben wir hier unser... Okay, ich hätte nochmal Feuer auf das andere drücken sollen. Hier unten auf das Plus, nicht vergessen. Zack, haben wir hier unser Feuerschutz. Wenn ihr dann doch sagt, ich möchte unbedingt etwas anderes haben, macht ihr wieder das hier. Geht eure Level wieder. Packt es wieder rein. Und sagen, ich möchte unbedingt einen Malenschutz haben für Pfeilen und sowas. Und dann muss ich natürlich auf das Plus drücken. Das vergesse ich jetzt die ganze Zeit. Zack. So. Das gleiche geht natürlich auch mit anderen Rüstungsteilen, wie irgendwelche... Wie Schuhe und so weiter. Die haben halt alle anderen... Haben halt alle andere Rüstungssachen. Jetzt geht hier Tumini-Items gerade nicht weg, was mich gerade ein bisschen stört so. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel auch... Hier könnt ihr nämlich mehrere Sachen auswählen. Zum Beispiel Feuerschutz und Federfall. Federfall könnt ihr immer auswählen. Dann würdet ihr auf Plus drücken und schon hättet ihr eine Rüstung. Ja, man kann natürlich auch sagen... Also es soll angeblich gehen, was bei mir jetzt gerade nicht dabei ist. Es gibt nämlich bei dem Mod irgendwie eine Option, wenn man ein Schwert reinlegt. Und dann noch ein anderes Schwert reinlegt. Dass man irgendwie sagen kann, ich möchte von diesem Schwert die Siegel hier drauf übertragen. Deswegen packe ich mal ein frisches Schwert rein, um euch zu beweisen, dass es bei mir gerade nicht funktioniert und ich auch nichts falsch mache. So, hier könnte ich jetzt, wenn ich dieses Schwert drin lege, passiert nichts. Sieht man schon. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich möchte hier Band drauf haben und dann wie auf Plus drücken, habe ich hier nur Band drauf. Wenn ich dann wieder sage, das hier mit reinlegen und dann das andere oben rein, habe ich halt die Siegel, die hier drauf sind, die ich hier noch ändern könnte. Und ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte keinen Rutschdruck mehr haben, möchte keine Plünderung mehr haben. Würde auf Minus drücken und hätte dann ein reines Diamantschwert, was dann ohne Siegel wäre. Ja, das war es eigentlich auch schon von diesem Mod-Review. Man sieht, es ist ein wirklich hilfreicher Mod und es spart vermutlich auch sinnlos das Level-Enchanting. Weil wenn man einfach so Level 30 reinballert, kann es mal sein, dass man dann einfach nicht das bekommt, was man haben will. Und mit diesem Mod kann man halt das bekommen, was man haben will. Zum Beispiel Plünderung auf dem Steinschwert, was auch sehr viel bringt. Und jetzt zeige ich euch mal diese düstere, düstere Bibliothek von außen. Nehmen wir mal unser Superschwert für. Sieht sehr angsteinflößend Eis und auch sehr tief in der Erde steckt es auf jeden Fall auch. Also ist auch ganz gefährlich. Oh, shit, das war jetzt eigentlich nicht geplant. Und ich wollte euch nochmal meine Bibliothek von Feuer zeigen, die ich Feuer gebastelt hatte. Das ist das da hinten und die ist mir ja unglücklicherweise abgebrannt, weil ich nicht dran gedacht habe, dass Lava mit Feuer und Holz und so brennt und so. Ne, wisst ihr Bescheid. Und man kann zum Beispiel, ich glaube, man braucht gar keine Bücher dafür, weil man kann einfach auch ohne Bücher hier super Enchanting leisten, wie man will, auf Maximal und dann auf Minus drücken. Erstmal die Sachen runterballern und dann kann ich sagen, Plünderung drauf, Verbrennung drauf, Ruckstoß drauf, plus 58 Level. Und jetzt habe ich hier ein super duper Eisenschwert, wo ich dann erstmal ganz kurz nochmal die Kuh schlachten werde. Aber ich bin auch im Kreativmodus. Moment mal, das sollte ich vielleicht nochmal bemerken, dass das auch ohne Kreativmodus vermutlich geht. Zack, machen wir das aus. So. Man braucht nämlich keine Bücher, wie man sehen kann. Man braucht einfach keine Bücher. Man kann alles so entschänden ohne Bücher, das ist das Gute daran. Und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz unser Schwert an der Kuh ausprobieren und dann war es das auch schon von diesem Mod-Review. Wenn ihr Mods habt, bitte in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Facebook habt, schaut doch mal auf meiner Facebook-Page vorbei oder auf meinen Account könnt ihr mich als Freunde zufügen. Na gut, das hier, die Kuh will ein bisschen länger halten, aber jetzt kommt das Diamantschwert, dann ist es im Eimer. Und es gibt lecker Belken. Oh, die haben die Belken-Textur verändert. Das war's. Tschüss.